Das war eigentlich auch genau das, wo ich mich jetzt so gesehen habe, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich bei einem großen Club in wirklich guten Strukturen, mit Profis in ihren Bereichen, wo ich einfach auch noch mal dazulernen kann, mich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, ich habe meine Stärken auch darin, junge Spieler vorzubereiten, weiterzuentwickeln, vielleicht auch ein Stück weit ihnen dabei zu helfen, erwachsen zu werden. Deswegen war das jetzt keine schwere Entscheidung, mich für Borussia Dortmund zu entscheiden. Klar kann man jetzt sagen, es ist eine Ausbildungsmannschaft, aber wir sind natürlich auch in der dritten Liga und nur eine erfolgreiche Mannschaft hat auch erfolgreiche Einzelspieler. Und für mich ist jetzt erst mal wichtig, dass wir uns als Mannschaft so entwickeln, dass wir erfolgreich Spiele bestreiten. Hast du denn eine Marotte oder irgendeine Eigenart, auf die sich die Mannschaft einstellen muss? Das kriegen Spieler ja schneller raus als ich. Also ich hoffe, ich habe keine. Aber wenn du jetzt in ein paar Wochen die Spieler fragst, dann werden die mit Sicherheit ein, zwei Sachen haben, wo ich mich immer wiederhole, wo ich immer das Gleiche erzähle oder irgendeine Gestik oder Mimik, die ich mache. Also da würde ich dann einfach mal in ein paar Wochen die Spieler fragen. Gib mir dann mal ein Feedback, würde mich auch interessieren. Also mir persönlich fällt nichts ein. Was sind deine Ziele jetzt mit unserer U23? Erst mal so schnell wie möglich ein gutes Gefühl für die Jungs zu bekommen und mit den Jungs auch wirklich so eine Einheit zu werden und dann natürlich so schnell wie möglich auch Spiele erfolgreich bestreiten, dass wir uns vielleicht so ein bisschen von unten absetzen können. Ich habe den Jungs auch gerade gesagt, wenn wir morgen mit einem Erfolgserlebnis anfangen, dann macht die Arbeit in der nächsten Woche gleich viel, viel mehr Spaß. Und das ist für mich auch ein wichtiger Faktor, mit den Jungs Spaß zu haben. Den hat man in der Regel, wenn man erfolgreich ist. Und deswegen wollen wir morgen gleich damit loslegen, am besten Punkte einzusammeln.